herzlich willkommen du nfl fähler draußen ja schön das sind so eine neue runde mit 24 eingeschalten das ja wir spielen heute noch mal das nächste preseason game gegen die washington commanders und man das wenn es wie ihr wollt und ja wir hatten ja ein ziemlich enges match jetzt mal gehabt eigentlich ja gar nicht denn die haben wir dann doch rasiert noch es schön ist hat wirklich dass wir ja nein ich mache das automatisch weil da fehlen wir halt wirklich die fein fein ja ja die ahnung das alles zu managen muss ich ehrlich sagen habe ich gar keine ahnung von weiß ich nicht ja ich komme immer besser rein wie gesagt aber halt ja spiel wie gesagt vom verständnis her kein ding machen wir schon das einzige ist halt ja so die einzelnen spiel zu genommen also das ist doch der und der und wir haben da und diesen catch und hin und her und das gemacht und ja deswegen ich bin froh dass ich es verstehe ich finde es ein mega geiler sport ich liebe ich liebe die bangles schon mehr zeit gefühlt sechs jahren und ja aber wie gesagt jetzt so dass ich da immer so voll drin mit jedem einzelnen zug das ist halt da fehlt es mir halt doch jetzt sagt der meiste hütteln würde sechs jahren ja ich habe es am anfang logisch immer nur so am anfang fing es an mit super bowl und allem immer mal und dann ja wurde es immer mehr und jetzt war so die erste dieses jahr die erste saison wo ich so richtig komplett jedes spiel geguckt habe sehr schön damit immer gecatscht also nicht gecatscht halt niedergerammt wir pushen erstmal wieder nachdem wie gesagt dafür kann es halt super nehmen voll durch scheiße ja da müssen wir aufpassen ich hatte aber auch gelesen dass viele mit der performance probleme haben also es liegt nicht an meinem pc oder so viele haben dann bei diesem jubel irgendwie problem aber das ist vom spiel her weil so läuft alles immer flüssig aber irgendwie so vom spiel her ja kommen wir dann mal scheiße okay wir haben wir haben direkt erstmal wir machen erstmal ein fach den habe ich verpennt neue runde ist neue aufnahme wir machen mal den langen passlauf hier mobil die leadership auf die charts der ist büro setten auf die drohe ist jetzt für naja mit fiel die kenne ron genau nötig aber perfekt ja komm wir machen mal schiff man mit 3 ist und dann und dann die turn something oder sie nötig und in der best quarterbacks understand der dumpin geht da nein denn okay den hätte ich nicht werfen dürfen das sind immer die entscheidungen die halt die quarterbacks hat auch immer eine treffen müssen wir kommen laufen schönes ding die commandes waren ja nicht so stark und der season war wirklich eigentlich mit ganz unten die sind ja im draft jetzt ziemlich weit die dürfen wir ziehen nicht früher den hätte es da haben müssen okay wir wollen mal mit tyler boy vielleicht jawohl 3 und 1 den können wir jetzt schön mit mixen laufen kann man jetzt schön mit mixen kann man schön mit mixen durch rennen ja schön schön fürs down man die art line they're able to convert with a gain of four so here's a first in ten now down inside the 20 they're passing here joe burrow miss yeah there's a piece of business business okay die passen eher mehr fehler wir waren komplett offen jawohl ein und acht kommen wenn wir den jetzt noch kriegen auf dann haben wir es komm ah den hätte sie haben müssen man wilson super durch gestartet richtig schön durchgekommen den haben halt gerochen aber trotzdem wir hätten den haben müssen man ja wenigstens ein bisschen fast ich wollte gerade an 42 wir probieren das noch mal einen pass schade 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 man wäre geil gewesen wäre richtig nice gewesen wenn man den schon irgendwie so am besten mache ich halt mit mixen diese außerhalb runs diese von rechts oder von links nach außen ja den hat aber auch gerochen müssen jetzt eigentlich wir machen wir riskieren es man und wir haben es alter wir haben es jawoll ja man touchdown ah was ein riskanter ey einfach überworfen jamar chase kannst du halt immer ne wenn du wenn du seinen gegenspieler einfach überwirfst ne brutal so wir gleichen aus gleichen einfach mal aus bam 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 sehr schön schönes ding ah ich freue mich ihr wisst gar nicht wie dass wir schön ausgegeben haben wir haben es riskiert und dann klappt es halt auch wie gesagt würde ich jetzt in der normalen in der normalen Liga würde ich es nie machen wir müssen bei den Commandos müssen wir hier ein bisschen mehr mehr Raum decken bringt nichts zu pushen nur da müssen wir eher mehr auf die Raumdeckung gehen weil die halt ziemlich viel mit dem mit dem Running Back weil die ziemlich viel mit dem Running Back seitlich laufen obwohl auch schon glaube ich der Touchdown war ja vom White Receiver ja den haben wir gerochen 3 und 3 und jetzt würde ich halt jetzt würde ich halt mit Cover One Hole ja scheiße wir hätten mehr durch die Mitte gehen müssen ja ich hab aber gedacht dass er wieder rüber spielt ja fast aber gut geblockt man wir haben kein Jahr gut gemacht ich freu mich auch bin ich ehrlich wenn wir da mit der starken Mannschaft doch durchgängig spielen was wir blitzen mal jawohl sehr schön 2 und 11 das muss jetzt das wird eigentlich kann fast nur ein Pass werden jawohl so macht man es Wilson super starkes Ding sehr schön sehr schön haben wir mal den Drive gestoppt von den Commanders gut gut perfekt wollte ich nämlich so können wir ja in die 25 Yard liegen wieder ran Brunch Trail probiere ich mal mit Chipman sehr schön sehr schön sehr starkes Ding 6 Yards gemacht ich probiere mal jetzt schon zu laufen na schade ja Chama Chase guckt ihn euch an Chama Chase man den kriegst du immer Schauen wir mal mit Higgins Gunlevels ja wenigstens die Yards aber wir hätten auch mit Burrow gehen können das wäre glaube ich auch gar kein Problem gewesen ja wenigstens ein bisschen wenigstens ja jawohl so macht man es man schön ok ich such mal Shipman ja jawohl was schön so ein tight end mitgenommen sehr schön geiles Ding geiles Ding wisst ihr was ich riskierst schade 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 aber wie gesagt mal riskiert es hätte klappen können ich weiß ihr sagt jetzt hey warum hast du nicht den genommen oder so ich denke wenn ich renne da würde ich es mir auch denken falsch aber wie gesagt Football ist halt so eine Entscheidung so eine ja Bauchentscheidung und wo man es am besten am schnellsten sieht ich meine das geht den Quarterbacks ja genauso dieses einfach dieses ja entscheiden was wohl am besten sein könnte was geht geht ok wir feier machen jetzt sehr schön Panten die? Ja, die panten. So, das ist unsere Chance nochmal. Das ist für uns nochmal ein langer Versuch zu machen. Ja, das ist schlimm, das ist schlimm. So, wir probieren jetzt nochmal. Ja, yes. Bam. Ah, was ein geiler, was ein geiler Pass. So. 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 Wir nehmen uns der Timeout. Ja, wir nehmen unser Slot Drive. Yes. Bam. Ah, nice. Schönes Ding, schön. Ich will es noch mal probieren, jetzt kurz davor. Ich will es noch mal probieren, jetzt kurz davor. Ich will diesen Run machen. Ah, scheiße. Mist. Aber egal. Oh, was, Shipman. Egal, egal. Oh, wir haben es schon mal geschafft. 19 zu 7. Ja, komm, lass es das eine Mal spielen, er wird jetzt eh knien. Ah, nö, er läuft noch. Sie laufen. Ja, das war es. Das war es erstmal für die Halbzeit. Yes, sehr starkes Ding, wir haben es sehr schön gemacht. Run inside machen wir weiter hin, das ist eigentlich, wir müssen mehr die Defense Outside Runs machen. So, wir sind direkt wieder dran, perfekt, besser geht's gar nicht. So, wir knien uns hin. Somit kommen wir in die 25 Yard. Ja, okay, dann können wir jetzt eigentlich, wollen wir anfangen. Komm, wir machen mal einen Run mit Choboro. Habe ich mir da Bock drauf. Fuck, ich habe schon gesehen, die waren durch. Oh, die waren durch, ich habe es einfach gesehen. Waren wir hier, zack. Jawoll. Ja, Jamar Chase macht es halt einfach, ne. Heut Spieler, der spielt, Mann. Nur direkt, zack. Ja, der macht die Yards, Mann. So. Ohio Spacing. Da ist Tee Higgins, oh Mann. Ja, he's going to get a solid gain of nine before being brought down, second and right of the yard. But it appears that they read man defense and went to the out route and what you have to do on that one is the receiver has got to make sure he works the defender towards the middle of the field to give himself space to cut to the outside. Nein. Woo. Okay. Ja, wir laufen mit Mixen durch. Ah, Mist. Ich laufe es. Ist mir egal, ich laufe die. Mist. Mist. Ja, ich... Ich wollte es eigentlich laufen, ich habe nur zu früh, habe ich nur, ich habe es zu schnell gedrückt, ich will es immer ganz schnell wegdrücken. Ah, komm. Sehr schön. Ja, schmeiß es lieber raus. Aber das ist eigentlich eine Flacke, ne? Weil er wirft ihn dorthin, wo ihn nie jemand kriegen kann. Er müsste ihn in die Richtung von einem Spieler eigentlich. Eigentlich ist es doch eine Flacke, oder? Yes. Hendrickson direkt mal wieder gesekt. Trey Hendrickson, Mann. Epischer. Komm, 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 komm. Wenigstens ein paar Yards noch gut gemacht, sehr schön. Und es wird 1. und 10, als sie übernommen. Burrow gonna lead up the Bengals here, 1. und 10, at the 45. The play-action fake, they'll look to throw. They'll flip this out to Abbott. Only able to gain a couple there, and it's 2nd down. Hmm. I know it was a gain, but you have to sense probably a little bit of disappointment there, because when it's out there in open space, I think they expect to get more out of a play. Ich würde aber mal den mit Tee-Higgins machen. Gut, jetzt können wir nochmal... Wollen wir passen? Ja, komm, wir passen den. Ja, easy. Easy, Mann, easy. So, dann machen wir mal einen Chama Chase Run nochmal. Versuchen wir Chama Chase. Oder schauen wir, wer sonst noch so. Ja, easy. Der ist halt immer richtig gut drauf, ne? Den kriegst du halt immer. Das ist halt schon brutal gut, ne? Auch. Jetzt kommen wir noch. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ach, ach, ach. Schade. Schade. Scheiße. Okay, wir. Jawohl, wenigstens noch mal First and Goal. Da werden noch mal ein paar Versuche. Wir machen mal mit Mixen. Wir probieren jetzt mal mit Mixen da durchzurennen. Können wir jetzt machen. Können wir trotzdem mal mit Mixen noch. Ah, okay, jetzt spielen wir wieder mit unserer B-Elf. Ja, es sind ja elf Stück, also mit der B-Elf. Kommt, der Mama hat mit Chase Brown. Und da haben wir es doch. Sehr schön. Das machen wir auch noch. Ich glaube, es sieht richtig gut aus für den Super Bowl. Also für die ersten Pre-Season-Games, man, alle drei gewonnen. Bin ich gespannt, wie das erste Spiel gegen die Cleveland Browns, ne? Wie es gegen Klee läuft. Die Washington-Offense ist bereit, um zu übernehmen. Es ist eine Herausforderung für diese Offense, Charles. Die Defense hält. Ja, da kam der Druck. Das ist immer wichtig, dass wir den Druck machen. Cover 3 Sky. Leider nicht gesackt. Jawoll. 4 und 8. Eigentlich müssen sie laufen. Um nochmal ranzukommen, ja, sie laufen auch. Ja, sehr schön. Und das können wir jetzt ausnutzen. Jetzt ziehen wir den in den Zahn, oder? Komm. Ruhig bleiben. Und jetzt eine erste Chance für die Backup hier. Nein. Ja, den habe ich falsch gesehen. Oh, den hatte ich... Oh, das war fast tödlich, Mann. Wir machen mal einen Run, komm. Komm. Ja, wenigstens First Down gerannt. Sehr schön. Sample, komm, schicken wir mal unseren tight end. Die O-Line ist manhandling this D-Line right now. Die deserve to roll up their sleeves and show up their biceps. Because they're doing exactly what you just described. Manhandling the defensive front. They've got the leverage. They're powering through and they're controlling this game. You see us. To throw Browning. Und der hat ihn doch. Bam. Der nächste. Oh, die rasieren wir jetzt so hart. Bam. Bam. Ja, das ist Stadion ruhig, ne? Boah, mega. Die Frage ist, was machen die jetzt in ihrem Strive? Die müssen jetzt... Ja, gut, ich meine, das Ding ist gegessen. Ja, wir setzen die so hart und erdrücken, jetzt blitzen wir mal. Jetzt gehen wir da nochmal richtig rein. Dreck gepusht. Cover to man. Jawohl, den haben wir auch. Die haben kein Jahr bis der Raumgewinn. Yes. Sehr schön gesackt, man. Oh, sie pappen nochmal, okay? Oder sie täuschen nur an. Wir können... Ich würde auf jeden Fall noch rennen. Einfach in der Mitte durch. So läuft es am besten. Da würde ich, glaube ich, den Run machen, mal wieder rechts außen. Sau stark, man. Oh. Oh. Ja, wenigstens ein paar Yards. Jetzt machen wir die Two-Minute-Warning. Warten wir mal ab. Jetzt können wir... Jetzt können wir eigentlich nochmal einen Pass spielen, ne? Zu Jones am besten. Oder Yus, sie war's. Ah, schade, schade, schade. Nein, wir riskieren es, Mann. Wir haben's. Wir können auf die 89 gehen. Ja, den haben sie komplett... Also, den haben sie überhaupt nicht gedeckt, Mann. Das war gar nichts von denen. Sample halt total frei gewesen. Schade, aber fast, fast. Kommt. Ich glaube, was wir hier sehen, ist die moderne Version der Workhorse in der NFL. Wir können es und es fangen. Und die gute Proficiency. Ja, Brown hat halt einen echt guten, guten Bums hinter, ne? Ja. Brudal, brutal. Oh, haben wir die rasiert. Ich will aber jetzt noch unseren... Ah, Mann. Scheißdreck. Weil wir haben fast nix zugelassen in dem Match, ne? 39-7. Aber going for two in this situation? Somebody doesn't like someone else. There is no doubt, Mann. Well, what they couldn't see is you lean back in your chair and you... I mean, you... Yeah, that's not a good decision. They didn't get it, though. Yeah, I don't think you'd just say, well, my killers hurt in this fight. No, no, okay. Yes. Yes, sehr schön, sehr stark. Yes, that's pretty indicative of the way this one's gone. Yeah, man, die Defense lässt halt gar nix zu in dem Spiel. Am Anfang hab ich gesagt, oh, okay, hm. Aber dann... Oh, mal 10 Opsis. Vielleicht haben wir sogar noch... Ne, die punten, Mann. Punten die? Die punten wirklich nochmal. Ja, okay. Ich mein, sie haben ja eh nix mehr zu verlieren, ne? So, jetzt sind wir dran. Immer nochmal ein Run. Immer mal einen richtig fetten Run nochmal mit. Just about do it. Now defensively, they do have all three Timeouts. But very little reason to use them at this point. Shreds the tackle. And able to get... So, cold timeout. So, direkt nochmal ein Time-Out. Jetzt würde ich einen Außen-Run machen. Wir gehen raus, damit wir das Time-Out nehmen, also dass die Zeit angehalten wird. So, ich gehe nochmal raus. Gehen wir hier nochmal raus, machen wir nochmal einen Run. Ja, Mann, yes! Jones habe ich auch gesehen, dass er so frei war. So, und jetzt bänden wir das Spiel mit. Noch ein Viel-Gold, Mann. Geil. Ja, Mann. Macht Demonstrationen, er bangelt sie ja. Ja, er geht auf die Knie. Das war's, Mann. Spiel vorbei. Uh, 46 zu 7. Das war nichts. Also, von uns war's grandios, ne? Also, wirklich. Das war ja brutal. Das war ja richtig und Angst, das war ja still forte. Das war ja super, aber zuerst hingeschränkten ja, wenn du nachdem so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Moment, machen wir das direkt schon mal? Es ist halt Preseason, das können wir direkt mal wegmachen. Nein, ich mag diese... Das habe ich ja schon bei FIFA gehasst immer. Aber wir sind hier in der ersten... In der wirklich ersten Runde der normalen Season. Wir starten in die normale Season. Und ich würde sagen, wir werden erstmal AFC North Gewinner. Und dann werden wir ganz klar... Also unser Ziel wird es wahrscheinlich sein, die Chiefs und allem zu stoppen. Ich würde sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge. Und da werden wir unser erstes Season-Spiel machen. Bis dahin macht's gut.